Ich mach B jetzt, macht einer A für mich. Scheiße, das braucht die Deagles, das ist so wenig. Na man, also auf die Deagles gegen die man braucht man mehr Waffe. Gut, ich meine auf kurz. Wo ist der? Sorry, dass er eben die ersten vier Runden verpasst hat, aber ich glaube da gab es auch einen Serverwechsel. Zumindest du erst mal der HLTV wechseln. Somit ist vier Runden leider verpasst, aber... Unvererbt. Hoffentlich jetzt der Rest ohne Probleme. Tor raus. Oben links kurz, es kommt einer vor mit A. Ich hab A und B jetzt. Ich hab A und Headshot-Regel. Ich muss A gegen mich spielen. Ich brauch mich schon wieder. Colt, kannst du das vergessen, Alter. Spiel lang bitte mit Kevin. T-Zahn stehend mit Flash. Bleib mal einer auf der Straße mit Flash-Support. Du bist nicht da. Ich hab keine Flashes. Brauchst du nicht. Flash lieber anstatt zu aim, Kevin. Wenn ich das sage. Das Cutter ist unten. Nein, Cutter ist unten. Kurz schon vor Treppen. Ich hab kurz. Kurz durch, einer Flash, wa? Warte, Flash kommt jetzt. Sehr lang. Bitte raus. Da rein, glaub ich. Kurz hab ich. Kurz einer down. Noch einer kurz. Noch einer kurz. Einer ist noch kurz. Mitte geht einer hoch. Kurz aufbauen. Er ist rechts an der Kiste. Zwei kurz drin. Einer lang hat das. Komm kurz. Du musst lang haben. Ich hab lang. Keine Flash, ich bin blind. Ich bin blind. Ich hab nix. Kannst du Flash lang? Ich hab hier alles, chill. Kurz einer auf down. Noch einer kurz. Noch einer kurz. Sicher? Einer muss Mitte machen. Wird Mitte oben sein, ja. Mach Mitte, ich hab Mitte. Die Bombi ist auf A down. Mit, muah, mit raus. Mitte wieder rein. Geht mal bitte nicht einzeln hin. Lass den doch kommen. Ja, lass den einfach kommen, Mann. Er kann mich kurz finden. Schön. Nimm die Arme damit, schräge. Leg die Mima bitte. Ja, toll. Hab ich nicht. Da, Adam. Was ist jetzt mit der Pnei? Kannst du mir die Anker liegen, Tizen? Was? Smoke direkt, Tazin, ja. Leg immer die Anker, bitte. Geh in die Smoken, versuch's. Ja, egal. Ganz oft. Ich will schrägeln. Tizen, steh hinten mit Flash. Steh einfach hinten mit Flash. Ich bleib hier stehen. Einer bängt B. Kannst du B kommen, Tazin? Flick in den Himmel rein. Flash jetzt. Flick. Einer an der Kiste. Gut, gut. Flasche. Komm mal einer von B zur Mitte. Diese Flash springt mich um, Alter. Schön. Doch einer an der Kiste. Oh. Einer hat hier noch gewenkt. Rechts an der Kiste. Wirf was. Ich Flash. Zwei lang. Wir sind links. Kurz kommt. Ach. Kevin, Mann. Lang. Zwei. Mit Bomben. Oh. Ich hab kurz lang lang. Ich hab kurz. Ich hab kurz. Mach mal lang, bitte. Liste. 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 CD Base. Liste. 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 Ey, jetzt kannst du vergessen. Der Lundensohn trifft den Schuss an. Liste. 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 Boah, hätten wir ja jetzt rüber vom Teil lang raus. Wombe ist da aber nicht dabei. Mitte. Fockstisch. Ey, Jungs, wir müssen mal kurz aufstehen oder so, Alter. Lange darf ich das überhaupt nicht. Karsin, zwölf über die Mitte jetzt, bitte. Ich hab Ava da. Okay, dann machen wir's so. Geht zu zweit auf kurz. Ich spiel vom A-Sport lang aus. Ich hab Ava im A. Geht zu zweit kurz rein. So, fahren wir's, Mann. Weə gegnt. Ja, das nieuwe gerade mal, mal, início... Ich bin ein Eck, ich bin ein Eck. Ich weiß, Mann. Ich muss mich da sind. Ich geh anti-Flash! Re cosmetic. Ich bin Eck anti-Flash! Okay. Ich muss sagen, то, dass komme. Muss B haben, gell? Ich hab lang... Ja, mach block. Mach L jetzt. Mach L jetzt eigentlich gar nicht mehr!!! M-Köpp, Petition. Krass. Schust was.. Rund, was... Flashe kurz Lange Flashe Einer ist in der Kube Flashe nochmal Kube Awe down Das ist auf jeden Fall was kommt Ja, die stehen da Die wollten Awe anspielen Flashe bauen die neue auf Zwei Mitte Einer Flashe mit raus Achtung Das ist einer, ey, es geht so durch, man Drei kurz Drei kurz Bomme auch da low Bomme down kurz Noch einer kurz Schön Let's go Lang Lang durch Let's go Mach def Sauber Tony Brauch'n Drop Ich krieg M4 Ich brauch' auch'n Start noch Ich hab' eine gelegt noch Ich brauch' auch eine auf jeden Fall Ich nehm' eine Spiel' wieder lang bitte Egal, passt Ich hab' auch was Ey Das ist nicht gut Tizen ist alleine lang Ich hab' auch keinen Flash Support Für lang Ich hab' keine Flashes Bleib' da einfach Tizen unter hier Ich hab' kurz Was war'n Mitte auf Ja Kurz hab' ich Lang gepusht Mit einer Mit einer Ich versch' rüber Mit unten Zwei Mitte raus, grüne Kisten einer Der andere mit ab und noch am Tor Ich bin' mit oben Bin mit oben schon Einer ist unstered Auf der Letzten Der letzte ist Der letzte ist vor B Die letzte Ich hab' Mitte Nice Schön, Mann Go Acht, sieben Jetzt läuft's Ja, ja, hab ich denn Hat jetzt wieder B-Split auf, Jungs Sollen wir gleich pokern 2x2 Ja, das soll ich mit da ne ich hab ihn zu investieren wir brauchen eine M40 Tietze, mach du was denn jetzt? mach du Mitte ran jetzt zu spät du bleibst unter der Kiste, mach da kurz ich kann da auch rein, vielleicht wenn du willst soll ich es rein sparen? könnten auch eine E kommen bitte was raus der Mittelspieler hat es einer zu lang da schieb mal ein paar ich kann da kurz vor ich kann da flashen nein 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 geh mal rechts an zurück die haben gegen geflasht flasht hier außerhalb 2 Base wir jump 2 Base drin hallo weg Geld weg, schade ne ne also ihr helft aber man DETRIUM wie viel Geld habt ihr? wir dürften nicht 2-in-2 spielen scheiße auf diesen Ried ja das war wieder so eine Pan-Ansage was für Pan-Ansage ich hab gar nicht gesagt lass doch einfach bitte zu dritt auf A spielen alleine kurz ist auch viel zu unsicher selbst wenn es eine Eco wäre die Runde haben sie nicht geholt schade die Runde haben sie nicht geholt können wir nicht auf einen gescheiten Server gehen man so 12 oder so der ist echt mies irgendwie 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 6 7 8 7 8 9 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 16 Echt so ein Readmo-Typ, wie kann man denn jetzt da nachgucken? Wollen wir nicht halt Ich würd gucken, was denn da nicht drauf ist Ja, wir gehen auf den 13, haben wir gesehen Dakin, wie viel soll der Startman hier hochmachen? Das ist fair, ist halt Ich hätte 16.000, Dinger, 16.000 Wie viel? Ja, ich sag, er soll 5.000 machen Dann gehen wir halt Köln Das ist schon wieder Das ist schon wieder Wie aimen, man Da, mal kurz So, also, ihr habt es sicherlich mitbekommen Der Server ist gecrashed Und die sind jetzt auf einen neuen draufgegangen Werden wahrscheinlich auch ein bisschen mit Startmoney rumspielen Um hier eine relativ fairen Ausgangssituation zu schaffen Leider ist jetzt CLTV wieder im Terror-Team Das hilft natürlich immer ein bisschen Aber sollte nicht so das große Problem sein Ähm, derweil gibt's noch ein Ergebnisupdate bei MyRevenge Die leider leider leider, dass die erste Map doch noch verloren haben Trotz der Halbzeitführung der knappen mit 8 zu 7 Als CT haben sie dann als T leider nur 4 Runden holen können Und somit liegt KK jetzt mit einer Map vorn Zweite Map auch DUT, wie ich vorhin schon gesagt hab, D2 scan Dritte Map wäre DUT Forge Ähm, ja Ja, ich warte jetzt hier genauso wie ihr Bis es hier wieder weiter geht Schaltet jetzt auch wieder ins Team Radio Und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Beatit gegen Selektar Wir werden also die ESL 5-5-Settings geloadet Ich spiel zu zweit auf lang die Runde Ich hab eine Flash und A war auf Strecke Wir müssen direkt lang gehen Nichts, wir müssen direkt lang gehen F1 Ja, Auto bei F1 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 Oh, der letzte soll von ihm kommen. Also jetzt nehmen wir es jetzt ja ernst mit dem Geld, oder was? Oh, was schreiben die? Einer von denen hatte 10.000, sagen die. Kann doch gut sein. Ja, wie sollen wir es denn machen? Da haben wir ja auch so viel Geld. Ja, dann meinen die ja mit, dass du 10.000 machst. Also ich habe ja 5.000, das muss jetzt diese Regel sein. Nein, 8.000, wir haben doch Dings. War aber nett, als ob er sie nicht die Runde gewollt hätte. Ja, es stand noch nicht 8.000. Ja, dann mach 7.000, ja. Andersrum aber, weil wir sind ja eigentlich ZT. Ja. Ah. Heute ist so ein schöner Tag. Was passiert, wenn das, äh... Wenn das Ergebnis so geforscht wird, geht es dann gleich los, oder? Nee. Komm, er erst? Und der Ende. Der Abwehr macht dann ja, ja, oder? Das ist doch logisch. Die Settings werden auch mal geladen. Und die, ja. Bei dem noch. Komm, jetzt lass doch mal bitte focussen und dann ficken wir die auch. Ohne Witz. Ich weiß auch, 2-1-2 einfach nochmal weiterspielen gut ist. Geht zu zweit lang, wie ich gerade gesagt habe. Direkt. Es gibt genug Restiming. Oh, RR. Ja, killt euch. Denkt an Demo. Jetzt schießt er wirklich ab. Ja, Foss. 3. 7. Die Reine da. Ah, aber jetzt laufen, Fokus. Kreis auf den Tor. Egal, egal. Ich habe Schräge, geht lang. Einer, glaube ich, steht in Todesgang. Lang war Hit. So. Du, rein Tarsen. Mach B jetzt. Einer ist rechts an der Kiste, glaube ich. Ja, vorne schon, ja. Krass. Das ist Hilfe, bitte. Weg, Hilfe. Ja, natürlich. Einer lang raus. Lang raus. Diese Smokes von mir, Mann. Lang raus. Einer kurz. Mit Aave. Einer Base. Base hoch. 2 Base. Save die Waffe, Tony. Ach, so scheiße. Was ist da passiert dann, B? Ja, der Bot wird gleich Result machen, glaube ich. No. Nein. Nein, eine Volleco. Kauft gar nichts. Ach, 3 steht es also, ja? Kommt nicht lang, nicht lang. Das ist gut. Schnell, das wird schnell kurz oder mitziehen. Das ist gut stehen. Hast du eine Flash? Ich habe HE. Komm, VT10. Wenn du HE wirfst, ziehen wir rum. Werf jetzt! Schnell, lang durch, lang durch, lang durch. Komm mal kurz rein. Letzter Headshot-Frieger. Letzter Headshot-Frieger. Auf A, auf A. Hier, hier liegen die Nahe. Kommt her, kommt kurz rein. Er kommt schon, er kommt schon. Auf A, direkt. Ich bin schon gelang. Hier unten habe ich Tony. Drei Schuss. Achter P. Bist du lang, oder? Bumbe liegt noch. H-T-Bombe. Er geht auf A jetzt. Sicher. Ich bin Base. Ich bin Base. Ja, ja, er ist oben auf A. Er aimt Base ab. Ist jetzt auf A, direkt auf Spot. Drei Schuss. Ehm, Mann. Nein, vier, komm, die letzten zwei Runden. Ich lege eine in vier. Acht vier, acht vier, schreib das bitte einmal. Geht's weiter, ich gehe gleich ein Model, dass es in der Smoke-Karte ist. Nein, 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 geht's zu zweit schnell lang. Wieso, wo war? Es ist alles gut, wenn ich jetzt... Wusste nicht, welches Model, das in der Smoke ist. Mitte Smoke. Ich kann hier flashen. Kevin. Wo ist das drin, oder? Mitte unten. Das ist ein B-Split. Gehen wir von lang zur Mitte schnell. Lange ist frei. Dann da sehen. Mitte raus. Nein. Noch einer Mitte. Rechts schon. 37 AP, 37 AP. Schön, danke. Ah, wie eine Leitung, Alter. Ihr habt nicht viel Geld, ge? Denkt dran. Oben auf A. Geht wieder lange in die Mitte. Ich hab Mitte, die Phantasien. Hebt eure Highs auf, flasht ab. Nicht reinspringen. Ich flaschte wieder. Warte, 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 ne, tschuldig. Pass bitte auf einer. Komm raus, komm raus. Geh in der von lang zur Mitte. Wenn wir kauft. Uß mich bitte. Geh in der Hände. Geh mit oben, zwei Stück. Ja, ich hab langs safe. Kurz was, kurz was? Einer ist kurz vorne. Ich hab Headshot. Down. Wir haben die, ge? Boah, so schlecht, Alter. Kurz auf A. Läuft auf A. Wie viele? Einer ist noch kurz drin. Einer ist schon auf A drauf. Einer ist Mitte oben, rechts. Einer ist Mitte oben. Mach aus, hat B. Okay, Bomben ist da rein. Drei plus, drei plus auf A. Einer ist noch auf A drauf. Versucht's, wir haben genug Geld jetzt. Einer ist noch mit oben. Ja, zu gut. Ja, Todesgang. Was ein Headshot, Mann. Hey, Todi. Headshot. Ja, sorry, das war mein Ding. Kann ich mal klägen? Ich spiel doch keine Arte, aber ich kann irgendwie nicht gut spielen. Ja, vorhin hab ich gerade mal Tricks gemacht damit. Das war schon okay, aber... Ich bin nicht zielsicher. Wie steht's denn jetzt? Ich steh schon mitgepunten. 9, 5. Yo. Yo, Alter, Läger, Mann. Liegt deine Waffe? Fahre, Waffe. B, fährt was schnell, B, fährt was schnell. Na, doch nicht, doch nicht, ich kann das drin. Da ist nix, Mann. Was redest du denn, Punt? Stell ich mal vor Plateau, bitte. Da waren vier Steps. Mitte, noch eine. Yo, Mitte. Bist du schlecht, Alter. Base. Das ist aber auch deine Schuld, Teilsin. Ich sag dir gleich, warum. Wenn ich im dunklen Eck den Spawn habe, dann musst du doch nicht durchschwingen. Lass mich da erstmal schießen. Sag bitte, wenn ich nicht in Klasse da ziehste, ja. Ich hab doch gesagt, ich hab den besten Spawn. 10, 5, go, erste Runde. Ja, 10, 5 ist gut, Mann. Hier kommt bitte USP auf das Zeug. Komm, ich schläge teils in den USP und kaufe mir eine Smoke. Nein, nein, erst drauf einer ist in den USP. Also einer ist auf dem USP-Legen. Komm, wir machen elf Runden. Ich stöfe auf jeden Fall in den A an, Jungs. Eine Grube, die USP-Grube lassen gegen den Kurs. Die USP-Tasse. Was soll ich die USP-Spiel haben? Oh, spiel. Was willst du denn machen mit der USP? Willst du B oder das? Ich gehe in die Grube mit der USP. Achso, okay. Am besten gehen zwei über Cutters. Eine zieht Mitte ab. Also zieht jetzt Mitte, bitte. Komm, ich schläge den USP-Tasse hin. Ja, ich schläge den USP-Tasse hin. Ich gehe über Cutters. Ich habe eine Smoke. Geh kurz, geh kurz. Nur eine mit der Kurs. Ich smoke die Kiste, dann könnt ihr kurz durch. Einer muss mit der Ame, gell? Keiner hat mit der Ame, die kann das rein. Ja, einer muss mit der Ame, also. Das leise machen. Mitte hoch! Zweig Mitte hoch! Nicht kämpfen, nicht kämpfen! Einer's Headshot! Schön. Macht lauer Schleifjord. Ja, immer noch. Weil die Bombe da ist. Direkt reicht die Hinti-Tasse hin. Direkt reicht die Hinti-Tasse hin. Noch einer's Headshot. Irgendein Tasse hin. Push da hin, das Headshot. Lang, einer. Lang durch. Lass kurz durch. Lang ist einer. Ja. Fuck ihn ab. Fuck ihn einfach nur ab. Wir sind kurz durch. Der andere Torhaut. Mitte down. Lang rechts runter, die rechts runter, Tarsin. Schön, Junge. Schön, Mann. Auf geht, Mann. Guck mal, wir spielen jetzt 1-3-1. Einer empt ganz eklav B ab. Ich emme eklav lang ab. USP, Tarsin. Doch. Und baut breit bitte auf. Einer eklav B ab, ganz eklav. Von mir aus T-Bass. Ich mach lang. Hinter der Kiste. Und geht nicht vor. Einer B, zwei B. Drei. Pass kurz auf, off. Lass lang gehen dann. Muss mich auf einer von B zurück. Auf A. Big hat das. Er gibt einen Headshot. Ey. Das ist langerlich, Mann. 2 T-Bass. Komm lang mit dir, Kevin. Jo. Pan, bleib du mit oben einfach. Campen. Jo. Krieg da Waffe. Krieg da Waffe. Hint schnell holen. 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 Wir müssen ihn holen. Er ist am Nord-Johnny. Johnny ist er. Bus halte. Bus halte einer. Er ist am Johnny. No. Bus halte. Noch einer Base. Ach du hast sie genommen, okay. Sag dann, was wollt ihr machen? Einer war T-Bass mit Arcarium. Die haben noch eine Arcaria. Lass einfach lang vorgehen, dann müssen wir die machen. Ja. Hat nimmer noch eine Flash von hinten? Geh mal bitte vor, Pan. Keine, dann flaschig. Geht vor. Ich hab hinter uns. So. Kurz oder ein CT-Bass. Flashst du? Flash jetzt. Flashst du dann? CT-Bass. Ich hab nur einen USP. Einer sofort. Er hat kurz zu tot. Base, Einer. Noch einer Base. Komm bitte, Goose, Kevin. Komm schnell, Goose. Komm, ich drauf. Ich spiel für mich noch gut. Beide Bates, beide sind gut. Hilfen, oder? Nein, wir müssen uns helfen. Hey, komm nur kurz. Wir sind im Goose. Einer kommt lang. Kommt nicht mehr. Ja, wenn. Kommt er, kommt er dann. Wenn dein Exit flicks. Wird Lang die Waffe holen. Noch ein Down. Da gehst du langen T-Bass sein. Auf lang ist keine Waffe. Ich hab die Waffe mit da oben. Schön, Dings. Komm, Gott. Leg dir die. Ey, Taisy, mach das nicht. Mach mich jetzt bitte langspielen. Ich hab schon geblieben. Nimm die Acker da. Nein, Mann. Ich muss nachladen, Dings. Bitte, Tings. Ich muss nachladen, Dings. Ich muss nachladen, Dings. Ich nehm die Acker. Ich kaufe auch einen. Ich kaufe da. Ja, ich hab die Kettenkoll. Bitte rein, Mitte rein. Ich bin langer. Frischmitte. Hoch, glaube ich. Er ist blind. Ich hab lang. Einer tot. Noch einer Mitte auf der Schräge. Alter. VB, VB. Nicht mehr schön. Das ist echt nicht mehr schön, Alter. Lasst jetzt spielen. Wenn die jetzt auf lang stehen, gehen wir kurz zuerst vor. Und wenn sie auf kurz stehen, gehen wir lang zuerst vor. Ja, dann hört mal rein. Einfach A's und wir hacken sie durch. Ey. Wir werden Awe spielen. Ey, guck mal. Nur auf Katastrophenpann. Ja. Ey, chill mal. Geh mal mit, Taisy. Geh mal weg. Eine Awe. Hier, bitte. Hört mal lang. Eine rein. Ich stehe noch lang. Ich stehe noch lang. Geh noch kurz jetzt. ABP, VBZ. ABP zielt. Warte mal, warte mal. Er splint. Auf die Kiste. Kannst du Mitte rausflaschen nochmal? Ja, warte. Flasch. Kommt. Noch einer kurz. Kurz, immer noch. Was? Sagen wir noch einer. Wir haben Vorteil. Einer ist noch in der Mitte. Kann Mitte oben sein, pass auf. Ey, wie ich flash, Alter. Einer ist noch in der Mitte. Ich glaub, das sind sogar zwei. Ihr solltet jetzt mal zusammengehen. Vor allem Tony. Ja, drauf. Lang kann gepusht sein. Ja, ich bin unten am Tor. Hast du boostrecht? Er hatchert schräge Glisser, glaube ich. Switchbug. Warte, warte. Ich guck kurz. Boostkisse. Wo B ist einer? Ich hab Mitte oben. Die können nicht kurz kommen. Da kommt schon einer hoch, Tarsin. Zwei lang. Lang. Lang und hatchertschräge. Ich komm kurz. Beide hatchertschräge. Beide hatchertschräge. Und die eine Awe? Weiß ich nicht. Ich spring durch. Lass doch zusammen bitte alle gehen. Ja, da müssen alle mit, Mann. Ey, halt das Maul. Ich hab gesagt, ich kann da nicht weg. Da muss ich auch nicht drauf rennen, Alter. Kannst du da nicht weg, Bro? Ja, weil da eine Awe von in der Mitte war und die nicht gesmogt bei der Mitte. Lass einen lang bringen. Mitte nicht geguckt. Katars kann rein. Da ist die Kugel, bitte lang. Katars kann rein, Tizian. Jo. Ich spring lang. Mitte unten am Tor, Katars kann auch nicht. Das war lang. Ich kann mit rausflächen. Mitte unten. Dann guck in die Hand, Alter. Da ist Richtung Ageran. Da ist Richtung Ageran. Zwei Bahn lang, Kevin, da steht noch einer. Ja, geht kurz, geht kurz. Ich bin gleich lauer. Ich flasche bitte raus und lass kurz gehen. Flasche erste Kante. Kann ich nicht. Bei dorten steht einer. Keiner flaschen. Was? Was? Einer ist noch zu der Base. Ja, zu der Base. Kommst du? Wir sind kurz dran, wo bist du lang? Ja, ich warte auf euch. Einer ist Fußgiste. Bist du in der Grube? Element. Nein, 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 ich bin nicht in der Grube. Kommst du jetzt mit kurz zu das? Ja, ich... Nein, ja, ihr müsst kurz... Langgrube, einer. Einer in der Langgrube. Go. Einer Hedgehoff schräg, einer lang. Ich komme jetzt zurück zu euch. Hey, das ist es halt. Ich muss kurz einbringen, bringen in die Grube. Wenn ihr kurz Go macht und dann kommt ihr doch lang zurück und dann hole ich sie von hinten. Geil, ich komme wohin, das jetzt. Hör mal auf zu flamen und dann gegenseitig da. Zum Bögen. Nein, lass bitte raus, bitte jetzt. Hab ich gesagt. Obwohl, komm, lass mich nicht mehr kommen. Schaut her, wir sind nahe am Cutter. Bitte gesprengt. Bitte hat keiner gezählt. Lang, wieder zwei. Lass kurz warten, dann steht da nur noch einer. Aber er hat cheatet, also das ist nicht gut. Lang, push vielleicht. Zwei so mitte unten. Wir müssen jetzt kurz gehen, Jungs. Und dann lang verzögert. Dann kommt einer vor. Mit rausflaschen, kurz. Ja, ich flasche, er steht da. Da hat zwei da. Nur kurz vorne. Lang, push raus. Ach, lang, push raus. Was? Mitte rein, Mitte oben. Hey, wie leckt der denn rum, Alter? Mach mal schnell spielen jetzt, Alter. So gehen wir nicht kurz, Jungs. Wir stehen immer auf lang. Wir stehen immer auf zu Ullo, Alter. Ich hab Diegel, ich hab mit Granaten. Lass einfach hier kurz gehen. Die stehen eh wieder auf lang. Ich kann da low Cutter. Smoke jetzt mal bitte eine Limitze. Ja, ich smoke die dann. Und einer DSN lang. Ach, du bist da neid. Hüttt hoch, Alter. Hüttt hoch. Lang, Feuer, Hüttt, go. Lass mit da raus spielen, komm. Katast unten. Katastrisht einer, B. VB. Votizion. Flash. Oh, Katastrisht. Trinnen. Du fragst doch, Jungs, Alter. B ist frei jetzt. Nein, nein, nein. Ich bin da drauf. Ich bin da drauf. Ich hab's doch gesagt. Katastrisht einer, Alter. Ja, der war unten, tot. VB, VB, einer. Komm rein. Was war die Katastrisht? Tarsen. Okay. Vor rein, vor rein, vor rein. Drinnen. Katastrisht. Soll dann, Katastletzter. Klopp. Mate hat extra vier, Tarsen. Ja, leg, leg, Tarsen. Katastrisht. Katastrisht. Katastrisht schon. Ja. Ja. Mann, 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 Tarsen. Leg mal bitte. Ich hab's auf der Saal gespendet, Alter. Der war doch schon einer tot, Digga. Ich bin da zwei im Katastrisht. Ich hab gesagt, einer ist low, Katastrisht. Und ich hab gesagt, Katastrisht oben, pusht einer. Keiner hat mitte geguckt, oder? Klar, WP. Ne, Katastrisht unten kann sein. Lang auf. Gehen wir doch lang. Jetzt kommt, lass doch bitte vorhanden. Einfach kurz, go. Geh, kurz, geh, schiff. Eine bänkt mich schon weg. Ja, wieder alleine, hier. Ein slow. Kurz, los. Die Kurze, zwei lang. Geh, verschieben jetzt auf. Du musst das machen, B. Rein, schau, schräg. Ich hab mal die Verschieber. Kann ich nicht. In base. Einer noch, Bus, halte. Zwei lang, zwei lang, zwei lang. Links gehst du. Zwei lang, ein paar B. B frei, ne? Nice. Noch letzter B. Lege Bombe, Phil. Der ist slow. Leg die Bombe für lang. Hinter der Kiste. Schön, Mann. Ey, die Runde war so verloren. Keine Ahnung, wie wir die gedreht haben, Alter. Ja, einfach kurz gehen, Jungs. Was ist eigentlich mit euch los? Nein, kurz hat's nicht gelassen. Das war nicht los. Natürlich mal, weil ich kurz durchkam, Mann. Leg doch mal einer. Gar nicht. Leg, ich leg, ich leg, ich leg. Ja, passt. Wenn die lang jetzt was fängt, gehen wir wieder kurz durch. Ja, Mann, easy. Scheiß auf die Arme Mitte. Smoke die, flash die. Keiner hat Mitte geguckt. Doch, ich hab Mitte. Könnt aber Katastrische so rein. Sehen. Keiner ist ja high, ist lang, gell? Lower. Wieder einer, komm mal runter, ich flash die raus. Kurs auf, schön. Ich flash die Mitte raus. Ich flash die Mitte raus. Ich flash die Mitte raus. Zwei lang. Ich flash nochmal kurz. Geht zu dritt, kurz bitte. Geht zu dritt, ich komm ganz spät lang. Katastrische so ein bisschen schon pushen. Lang geht einer pushen. Pass auf, lang geht einer pushen. Was Pan mit Awe machen. Wir können auch 3 auf. Boah, schön. Awe da, Awe. Lang noch einer auf. Lang in der Probe, Lails. Lang in der Probe. Safe call. Pass gut auf. Ich leg vor kurz. Geh mal kurz rein, Tizen. Base, einer. Du kannst nicht lang vorne stehen. Jeffa E, lass zusammen reingehen, komm. Base, lang einmal. Base kommt einer, base kommt einer. Lang einer, Headshut schräge. Noch einer, noch einer, Headshut schräge. Down. Element, ist er. Ja, ja, der ist am Element. Nicht zeigen. Abos, Abos. Ich leg dir die Awe. Leg dir Tazin, ja, schick dir. Deck keinen wieder. Die haben Echo, oder? Vielleicht. Ich aim ganz der Schlange ab. Pass auf. Lasst sie mal bitte kommen. Und hier ist dann Tazin. Keiner cutters rein. Einer Richtung Wegehöft. Das weiter kann durch sein. Lower, nichts, oder? Spreng mal kurz, spreng mal kurz. Flash, kurz erste Kante. Tony? Ja? Bleib einfach hier in der Mitte stehen. Ich und Tony gehen jetzt versuchen lang. Flash ist da schon was schon mal vorne, warte. In der Smoke kann mit der was jetzt ein Tizen. Ich flash lang. Ich flash noch mal lang. Lang einer, down. Pass auf. Dann leg ich noch. Lower. Copy, ich richte die Straße. Ja, go. Flash, kurz. Wir fahren lang. Kurt, einer tot. Noch einer, glaube ich. Wir sind lang durch. Einer on-spot. On-spot ganz low. Base gejumpt. Unten base. Kommt Rampo. Ganz low. Auf geht's jetzt, Mann. Kommt mal, einer Cutlass runter. Wir fischen ihn wieder in der Mitte weg. Lass nicht direkt kurz go machen, wenn die Linie sind. 2-B. Weil ich hab' ich nie Cutlass. Lang, keine HEs. Achtung, vielleicht stehen sie. Lang HE, jetzt. Kurz auf. Immer noch, immer noch kurz. Immer noch kurz. Aimed. Mit Awe. Einer pushed lang. Dropped die Bombe. Kurz wieder aimed. Low. Kurz Awe, U-low. Einer kann das unten. Der ist low, Cutlass unten. So, wenn du Terror-Base-B gehen? Lass lang, Kontrolle. Lass lang, Kontakte. Glaub mir. Lang down, lass lang durchfahren. Nein, 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 Digga. Langsam, lang. Kurz noch low. Einer Cutlass unten. Kurz ist ne Awe gewesen. Kurz T-Base. Das war angesagt der Spieler. T-Base down. T-Base down. B ist jetzt frei. Ey, komm zurück, lass über T-Base-B gehen, ja. Lass durchschreiben. Einer muss mit, auf jeden Fall noch. Einer muss mit, ich bleib mit, ich bleib mit. Ich bleib mit, ich bleib mit. Einer war Cutlass. Können den Cutlass sogar stehen, gell? Passt doch. Der da war low. Einer mit oben. Kommt mal bitte zusammen, ich hab low. Kommt mal Cutlass hoch. So, Mann. Letzte hatte Awe auf kurz. Lang, Händisch, rege, der ist low. Gut, die low. Ich geh schon in die Jagd. Jagd ihn. Jagd ihn, die haben kaum Geld. Wir haben Geld. Papa. Bist du lang? Ja. Auf, Awe. Schön, richtig. Auf, geht's, die haben kaum Geld. Ja, die machen eine Eko. Ich M wieder lang ab, M eine Eko. B-Contact spielen, die werden mitgekommen. Ich hab mitgekommen. Ja, okay, ich zieh dich. Nein, pass mit vor mir. Ich schau jetzt von der Cutlass-Kante. Deck rechts, deck mich an der Links. Werf nichts, werf nichts bitte. Deck rechts, ich deck rechts. Lauf, Tizian. Smoke Plateau. Ach, du jetzt Cutlass, Pan. Ich flash hinten Plateau, ich flash spot. W-W. Keiner da. Ich hab Cutlass. W-W noch. Cutlass hab ich. W-W einer. Ja. 2 vp. Lied Standard. Lockdown. Cutlass ist safe. Er ist noch ein Problem. Lech mal rüber. Tizian schlecht hier. Lech. Cutlass Teil weg. Oh, ich bin weiß von der Glechse oder was? Schön, Jungs. Ey, ich glaub auch das macht, ich bange den. Die Runde ist es. Ich bin mit Autos nach Verlegen. Ja, ich leg dir. Ja, nicht schlecht. Nämlich nur Todesgang mit Arro. Geh recht, ich geh lower. Ich geh lower. Ich geh lower. Mitte der Arro war tot. Nice, Pan. Mitte hoch vielleicht, oder Cutlass rein. Aufpassen. Aufpassen. Er könnte...